Ja, jetzt sind wir noch ein bisschen müde, aber es windet ja nicht, weil wir sind um 9 Uhr aufgebrochen in Wall Street, jetzt haben wir es 10 Uhr abends, allerdings mit neun Stunden Zeitunterschied, zumindest aber waren beide Flüge sehr ruhig, Einreise super einfach, vor allem verglichen mit den USA, ja und vom Taxifahrer haben wir dann erfahren, dass heute der bisher heißeste Tag in Vancouver war dieses Jahr mit 32 Grad und die nächsten Tage sonnig gemeldet ist, also denke ich mal geht, glaube ich, ganz gut los hier, Hotel ist auch schön, das Listl Hotel mit einem sehr schönen Zimmer oder auch Doppelzimmer, weil wir haben irgendwie so einen Vorraum und dann noch ein King Size Bett natürlich, das heißt Betten zusammenstellen entfällt diesmal. Und dann geht's. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020